Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video und damit auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ja, Bitcoin bei 27.400 US-Dollar. Gestern hat Pole gesprochen und der Zinssatz ist um 0,25% angehoben worden. Das war das, was wir eigentlich erwartet haben und die Rede, die wir uns danach reingezogen haben, war jetzt nicht wirklich spektakulär. Wir haben uns den ganzen Stream eigentlich fast nur um die Rede gekümmert und im Endeffekt hat er nur um den heißen Brei geredet. Er hat gemeint, ja, eventuell gibt es noch Zinserhöhungen, eventuell aber auch nicht und das Bankensystem ist safe. Und was mal kurz darauf, ich glaube keine halbe Stunde später liest man da das, die Jelen-Situations like run on Silicon Valley Bank may more readily happen in the future. Also kann öfters passieren und Pole sagt eine halbe Stunde sofort, nee, kann nicht passieren, bla bla bla. Ach, was soll man den Leuten überhaupt noch glauben? Auf jeden Fall, Pole hat den Zinssatz ein bisschen erhöht. Bitcoin hat erst einmal nicht reagiert. Der Abverkauf kam dann erst, als die News rauskamen, dass gegen Justin Sun, den Tron-Gründer, ermittelt wird oder angeklagt wird. Und natürlich auch Logan Paul. Ach, keine Ahnung. Leute, ihr wisst ja, was da draußen los ist. Es ist einfach komisch momentan. Doch bevor wir jetzt starten, würde ich sagen, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf weitere Updates oder Signale, kommt da gerne rein. Link unten in der Videobeschreibung. Und heute Abend um 19 Uhr wie immer Livestream. Heute um 19 Uhr. Gestern wegen der Pole-Rede ein bisschen eher, aber heute Abend 19 Uhr wieder Livestream. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wie wir sehen, unser Rising Wedge, was ich jetzt nochmal neu eingezeichnet habe, gestern ein bisschen aufgrund dem 4-Stunden-Timeframe. Und natürlich, der Fett-Rede ist nach unten ausgebrochen, aber viel, viel wichtiger war der Punkt, wo wir Rejected worden sind. Und das war hier oben die 28.800 US-Dollar-Marke. Die Marke, die wir jetzt, glaube ich, seit zwei Wochen immer wieder gecallt haben, wo wichtig ist zu treffen. Wegen der Ineffizienz wurde jetzt gefischt und daraufhin ging es dann erst einmal mehr ab. Trotzdem war mir einfach ein Short hier zu risikoreich. Theoretisch hätte man dann direkt bei der Rede dann hier Short gehen müssen. Aber solange die Rede lief, war das Risiko relativ hoch. Und was dann halt kam, was ich eben gerade gesagt habe, war, dass gegen Justin Sun ermittelt wird. Also ein Tron-Gründer wird jetzt ermittelt. Wegen Werbung von Kryptowährungen, bla 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 bla. Ihr kennt es ja, Leute. Daraufhin hat der Kurs erstmal deutlich abgesagt. Wir sind runtergegangen Richtung 26.693 US-Dollar und schubdiwub, da unten war ein CME-Gap. Das wurde jetzt endlich auch mal gefüllt. Das heißt, im Endeffekt war diese Korrektur jetzt erst einmal nur dafür da, dass wir hier das CME-Gap füllen. So, und jetzt kommt der zweite Punkt, weshalb ich zwar immer noch ein bisschen von den 25.000 US-Dollar ausgehe, aber wir haben noch eine kleine Möglichkeit. Und zwar seht ihr hier schon, einerseits würde hier einen Abtrend bedeuten. So, auf was will ich aber hier eher raus? Wir bilden Higher Highs. Wir bilden aber hier auch Higher Lows oder Lower Lows im RSI. Das heißt, wir haben hier eine Hidden Bullish Divergence. Diese Hidden Bullish Divergence könnte uns weiter nach oben hin befördern, sollten wir uns hier jetzt erst einmal ein bisschen stabilisieren. Was spricht dafür? Einerseits haben wir jetzt natürlich ein heftiges Abverkaufsvolumen hier in diesem Bereich und eine 4-Stunden-Supply-Zone. Die würde natürlich perfekt weiterhin dazu passen, sollten wir jetzt hier dieses Rising Wedge nochmal einzeichnen, dass wir hier oben dann eben den Retest sehen. Das heißt, momentan ist das alles so ein bisschen auf Messerschneide. Ich gehe ehrlich gesagt weiterhin davon aus, dass wir nochmal Richtung 25.2 gehen. Einerseits, um hier einfach diesen ehemaligen Widerstand, den wir da unten hatten, als Support zu bestätigen. Das wäre Step 1. Sollte sich aber diese Hidden Bullish Divergence bestätigen und an sich, die News waren jetzt keine schlechten, weil durch diese Zinserhöhung werden weitere Banken kollabieren. Es wird wahrscheinlich so sein, dass die FED weiterhin Geld in den Markt pumpt, die Zinsen aber hochlässt, was wiederum Bullish für die Märkte ist. Also ich würde das alles jetzt nicht so kritisch sehen, was Paul da gesagt hat. Er muss es sagen, weil ansonsten werden die Banken wahrscheinlich überrannt oder sonstige Bankruns passieren oder was weiß ich was. Die Wirtschaft wäre einfach wieder zu euphorisch, wenn er jetzt was anderes gesagt hätte. Er hat einfach 1 zu 1 das gleiche wiederholt, was er seit Wochen wiederholt hat. Also nichts wirklich Schlimmes. So, zurück zum Chart. Auf jeden Fall wird es jetzt darauf ankommen, entweder, dass wir jetzt hier nochmal eine kleine Erholung sehen. Zumindest in dem Bereich der 28.100 US-Dollar sollten wir hier rejected werden. Oder wer denn? Gehe ich stark davon aus, dass wir zwischen 25.200 und 24.600 US-Dollar erst einmal abverkauft werden. Hier lohnt sich aber nochmal ganz kurz der Blick in den kleineren Timephame. Wir sehen, okay, hier hat der Abverkauf begonnen. Wir haben hier oben eine Menge Short-Volumen. Einerseits, weil gestern sehr viele Longs liquidiert wurden. Das war klar, da haben wir auch im Stream drüber gesprochen, dass da hier drunter sehr wahrscheinlich sehr viele Stop-Loss liegen unter den 27.900, beziehungsweise hier bei den 27.700. Hat man dann auch gesehen, es ging schnurstracks nach unten. Viele Longs liquidiert. Alles nicht so schlimm. Deswegen ziehen wir uns jetzt nochmal ganz kurz das FIP-Level dazu. Und zwar hier. Dann sehen wir auch, okay, es würde sehr, sehr gut passen, dass wir hier ungefähr bei 28 bis 28.100 noch einen Retest sehen. Das heißt für uns, es wäre theoretisch einerseits eine Short-Möglichkeit, hier reinzugehen, hier oben. Müssen aber dann auch ganz genau gucken, wie sieht der Chart an sich aus. RSI übergekauft. Sonstige andere Sachen. Ist hier wenig Volumen. Kriegen wir hier eine Rejection rein. Dann würde ich hier auf jeden Fall einen Short überlegen. Ansonsten kriegen wir jetzt so einen kleinen doppelten Boden rein. Würde ich sogar möglicherweise so einen kleinen Long probieren mit einem Stop-Loss irgendwo hier in der Area bei ungefähr 26.000 US-Dollar. Weil, zeichne ich euch jetzt auch gleich an, aufgrund vergangenheitsmäßigen, ihr wisst, ich gehe immer gerne ein bisschen so in die Vergangenheit rein, dass wir hier einfach nochmal ein Lower Lower 10, nochmal eine kleine Bullish Divergence hier reinkriegen und der Stop-Loss muss hier runter. Dass wir hier ein bisschen abgesichert sind. Das heißt doppelter Boden und dann, dass wir den Trend nach oben hin fortsetzen. Und ich gehe momentan, muss ich jetzt ganz ehrlich sein, nicht davon aus, dass wir unter 25.000 US-Dollar fallen. Ich sehe maximal die 25k. Sollte sich die Hidden Bullish Divergence und natürlich diesen Abtrend, den wir jetzt hier gerade bilden, und sollte diese halten, gehe ich ganz ganz stark davon aus, dass wir sogar wieder Richtung 32.000 oder 34.000 US-Dollar pumpen könnten. Die Rede hat nichts Neues gebracht. Es gibt fundamental keine neuen News. Es ist alles beim Gleichen. Und durch die Zinsserhöhung bin ich der Meinung, dass die Fed irgendwann mehr Geld drucken wird. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder so von meiner Idee. Auf jeden Fall, ich bin jetzt erst einmal weiterhin long-orientiert, bleibe ich auch so. Die Frage ist, was sehen wir jetzt zuerst? Kriegen wir nochmal einen Abvergauf rein? Werde ich hier unten wahrscheinlich eine Long-Position eröffnen? Ansonsten hier oben ganz ganz genau beobachten, ob wir hier einen Short machen. Momentan gehe ich eher davon aus, dass wir hier keinen aufmachen. Ich suche eher weiterhin nach Long-Setups. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier sehr schön zu sehen. Wir hatten bei Bitcoin einen größeren Abverkauf. Und bei Ethereum sind wir einfach weiterhin hier in diesem, man kann auch sagen Megafon, aber für mich ist es eher so ein Broadening Wedge, was sich hier langsam so bildet. Also Falling Broadening Wedge. Trotz dieses Abverkaufs sind wir nicht an unserer Trendlinie hier unten reingekommen. Also sehr, sehr verwunderlich. Das heißt, der Markt ist für mich weiterhin Bullish. Klar, wir haben hier ein bisschen andere Möglichkeiten. Wir haben Lower Low gebildet. Hier haben wir auch ein Lower Low. Das heißt, wir haben nicht diese Hidden Bullish Divergence, wie bei Bitcoin. Trotzdem, für mich ist der Trend intakt und man kann ja auch immer noch sagen, es ist eine Art Bull-Flag. Solange dieser Trend hier nicht gebrochen ist, und dann ziehen wir uns auch nochmal ganz kurz das FIP dazu, schauen uns das auch noch an, und solange wir hier nicht unter dieses Golden Pocket bei 1.691 US-Dollar fallen, sehe ich der ganze Sache weiterhin positiv entgegen. Dann können wir uns auch hier einen doppelten Boden vorstellen, sogar mit WIC hier in das Golden Pocket rein, um dann, sage ich mal, einen Abtrend nach oben hin weiterzubilden. Also ihr seht, die Märkte an sich sind nicht wirklich bearish, aber jetzt auch gerade sind so ein kleiner Zwiespalt. Wir könnten noch, wie gesagt, ein bisschen weiter runter gehen. Es kann aber auch nach oben gehen. Nicht Spaß, das klingt jetzt ein bisschen beschissen, aber wir müssen spezielle Zonen jetzt gerade ein bisschen im Auge behalten. Wie gesagt, Bitcoin, 26.6 rum sind möglich. Und bei Ethereum eben die 1.690 mit dem Golden Pocket, mit dem doppelten Boden, wäre dann auch hier eine kleine Long-Möglichkeit mit einem Stop-Loss unter dem 0.786. Auch hier lohnt sich gleich mal der Blick vom Risk her. 2,4 Prozent unter diesen kleinen Volt, was wir noch hier haben, würde meines Erachtens nach perfekt passen. Gut, das soll es dann auch schon gewesen sein. Wie gesagt, momentan echt ein bisschen schwer weiter einzuschätzen. Newslage, alles beim Alten. Heute steht, glaube ich, erst einmal nichts mehr an. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns heute Abend zum Livestream. Eventuell, wenn ich es packe, werde ich noch ein Altcoin-Update-Video raushauen. Weiß ich aber noch nicht. Und ja, dann hören wir uns später wieder. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Das war's von mir. Und wenn ihr Altcoin-Wünsche habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Und wie immer,